Und das heißt sozusagen, wenn du zwei Hits drauf machst, dann hat er nur noch ein Drittel der Zeit, die er hält, statt normal. Blue. Und das würde dann auch noch einreisen. Äh, Achtung, Jax kommt Bot. Ah, versuch's mal wieder. Nee, Jax geht zum Blue. Betty, bitte Death bleiben, ich geh zum Blue. Okay. All in! Riechen immer zu. Von hier, Blue. Ja, sie geht auch mal los. Achtung, Jax kommt, Jax kommt. Mit meinem verfickten Stun, Alter. Das ist so big gameplay, ey, wenn du den Midlanger den Blue wegnimmst, das wär echt episch. Alter, mit meinem verfickten scheiß Stun. Mit meinem verfickten Stun hab ich den Blue Steel, Alter. Vier Bot. Wie die abkotzen, guckst du dir abkotzen. Episch. Wenn die diese Lache hören können. Ne, ich will sie doch vorsichtig. Komm alle. Ne, Episch. Mit meinem scheiß verfickten verdreckten Stun... ...